Also, Corona ist. Ab Montag sind die Schulen zu. Eigentlich heute war der letzte Schultag vor den Sommerferien. Ich meine, vor den Osterferien. Aber wer weiß das schon, vielleicht habe ich ja doch mich nicht versprochen. Und man soll sich ja immer schön, also man soll die Reisen auf ein Minimum, hat jetzt gerade auch noch einmal der Seehofer im Radio gesagt, auf ein Minimum reduzieren oder aufs Nötige reduzieren. Das machen wir, weil Theol ist ja nur noch dieses Wochenende offen. Der Reiseveranstalter hat nicht abgesagt. Und wir sollen ja immer zu fremden Leuten an Meter oder zwei Meter Abstand halten. Das lässt sich hier in der Reisegesellschaft sehr leicht umsetzen. Also dann viel Spaß noch. Fliegerfliegen ist dieses Wochenende natürlich dann nix, aber viel Spaß. Obwohl das Wetter, glaube ich, gar nicht so schlecht werden soll, oder? Wetter.